Willkommen zum Unternehmensupdate bei RohstoffTV. Heute mit Wissler Silver. Wissler Silver, ehemals Wissler Resources, ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das das hochgradige Silberprojekt Panuco in Mexiko betreibt und in letzter Zeit immer wieder mit Spitzenbohrergebnissen auf sich aufmerksam machte. Dazu besticht das fast 10.000 Hektar große Projekt mit seiner unglaublichen Lage, da es nur rund 80 Kilometer von der First Majestic produktivster Mina San Dimas in Mexiko entfernt ist. Ende 2019 gab Wissler Silver den Erwerb der Option auf das gesamte Silbergebiet Panuco bekannt, um 2020 dann das Unternehmen mit Explorationserfolgen von mehr als 28.000 gebohrten Metern weiter zu transformieren. So konnte in der Ader Napoleon eine der bedeutendsten Edelmetallentdeckungen Mexikos mit über 8.000 Gramm pro Tonne Silberequivalent auf sechs Meter gebohrt werden. Weitere bedeutende Entdeckungen sind Cordon del Ojo, Tachitos, Papayo und San Carlos, wobei jedes dieser Entdeckungslöcher Gehalte von über 1.000 Gramm Silberequivalent lieferte. Eine Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag befindet sich ebenso auf dem Gelände wie 35 Kilometer Stollenvortriebe und Absetzanlagen aus dem früheren Bergbau. Aufgrund dieser Bergbautätigkeit verfügt Wissler auch über die erforderlichen Genehmigungen sowie Straßen und Strom. Bei Wissler ist man davon überzeugt, dass Panuco noch riesiges Potenzial für weitere Silbergold-Entdeckungen hat, da es zuvor noch nie systematisch erforscht wurde. Bis heute hat der Junior Explorer 122 Ziele auf einer Breite von 14 Kilometern identifiziert und man setzt die Kartierung des Bezirks weiterhin fort. Für die ersten sechs Monate des Jahres 2021 plant Wissler mehr als 40.000 Meter an Diamantbohrlöchern und die Anzahl der auf dem Projekt arbeitenden Bohrgeräte wird sogar noch erhöht, um fortgeschrittene Ressourcenbohrungen und weitere Explorationsbohrungen durchführen zu können. Zusätzlich wurde auch bereits mit der Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen für die erforderliche Produktion begonnen. Ziel ist es schon sehr bald, das beste Abbauszenario zu erstellen, um so schnell wie möglich zu Mexikos nächstem Silberproduzenten aufzusteigen. Somit können Wissler-Aktionäre ein weiteres transformatives Jahr erwarten, denn das Unternehmen ist mit über 25 Millionen Kanadadollar in bar und ohne Schulden sehr gut finanziert. Wissler kann ebenso auf eine starke Aktionärsbasis zurückgreifen, denn 48 Prozent des Unternehmens sind im Besitz von institutionellen und vermögenden Investoren, 26 Prozent im Besitz von Management und Direktoren und 12 Prozent im Besitz von Eric Sprott, sodass nur noch 15 Prozent für den freien Handel zur Verfügung stehen. Die Chancen stehen wirklich sehr gut, dass Wissler Silver der Megaprofiteur im künftigen Silberboom werden könnte. Erst 2018 gegründet ist es schon jetzt im Besitz einer absoluten Ausnahmesilberentdeckung, die schon Ende nächsten Jahres mit der Produktion starten könnte. Wir sehen als erstes Kursziel die alten Hochs bei rund 3 Kanadadollar als erreichbar an. Kommt es zur Produktion, können wir uns aber auch leicht das Doppelte vorstellen. Das Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SAC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.